ist euch auch so heiß wie mir es geht weiter mit News 4 Mal über's You der Anfang war gut Welt 8 2 Reise übers Magma Jo, wir sind im letzten Part ganz schön gebasht worden Oh nein, dieser Level Oh, diese blöde Gülle da hinten Die sind im letzten Part ganz schön gebasht worden und jetzt machen sie ehrlich, ich kann mich an den Level-Gon ja erinnern Ja, Alter, so stimmt er nicht Ja, genau, mit mir kann das ja machen Ja, genau Ja, genau Genau, stirb du Hesslern Entschuldigung In your face Das wollte ich auch nö Ah, was das denn? Ah, was das denn? So, dieser typische Level aus eigentlich Welt 5 von dem Super Mario Bros. You, äh, Wii Ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal gab Ich glaub da oben ist irgendwas, oder? Alter, dieses hässliche Maulwurf Viehzeug, ne, da ist nichts Ne, scheint nicht so Aber da Aber da Stimmt zu Aber noch nicht so toll Alter, so knapp Ja, was ich sagen wollte, Welt 5 Moll brust Gab's so ein Level schon Ich weiß nicht, ob das da erfunden wurde, ob das vorher schon mal gab, aber ich glaube, das wurde da erfunden Ja, genau Oh, ich hab ihn reingefroren Damit kann ich das ganze Goomba Viehzeug da töten, ne? Jo, die sind hier gerade alle Bei uns Oh, schon wieder Oh, der geht so Ey, krass, ich hab ihn getötet Geil, ich bin hier oben Geil, ich bin hier oben Das ganze Scheißviel zu mir, ey Ich geh Ja, 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 genau Oh, Mann Oh, mein Gott Da oben geht so Ah, ah, da oben geht so lang, oder? Nein, verdammt Verdammt Alles war knapp Was wir kostenlos vor Schieb Lust gerade, ja, gefällt Nee, es ist scheiße, lassen wir das mal weg da oben Sind da oben Weiß ich nicht Nicht besonders, glaubt du Alter Ich hab schon gedacht, ich sterbe Ja, der ist auch bisschen hässlich Lol Jetzt kommt hier nochmal so Scheißvielzeug Nee, warte, da unten ist ein Starcoin, geh wieder auf die Plattform Oh, fuck Ja, ich hol's schon Na, dies ist wirklich nicht schwer Schwerig Vorausgesetzt, man hat alle Gegner getötet Starcoin ist insgesamt gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall einfacher gì Als Ach, eins Zum, ja, und was da oben waro, da war ein paar Münzen oder so, habt ну gesehen noch vielleicht ein ITEM Könnte sein Ist auch nicht so schlimm Nee, ist nicht so schlimm. So, weiter geht's mit dem Nächsten. Das war ja wirklich 3 Minuten 20. Warm genug. Tja, ich weiß es nicht. Ach. Und das kann man den töten. Alter! Oh, scheiße. Nehmen Sie den ruhig. Ich wusste nicht, dass man den... Ich finde da jetzt unnötig gestorben. Hey, cool. Relativ unnötig, ja. Oh, hier ist erstes da-Coin. Die ist gar nicht so schwierig, wenn ich nicht so blöd wäre. Na, die Viecher müssen erst mal wieder leben. Also, ich meine... Ja, du musst dich saubereilen, denn das Ding... Ja, da geht's nicht hoch. Was ist hier unten? Ach so, da hätten wir jetzt wahrscheinlich die Koopa reinschmeißen müssen. Aber den haben wir leider schon getötet. Was ist denn los? Scheiße, weil... Ja. Ach komm. Sterben tue ich trotzdem. Boah. Scheiße, ey. Bei mir war's auch so knapp. Hä? Kann ich dich so hochbefreien? Meine Fresse. Ich brauch's wirklich noch einen Extra-Tenlauf. Noch zwölf Leben. Ich weiß gar nicht, ob wir schon was verpasst haben. Irgendwie kommt sie nämlich so vor. Ja, was mach ich jetzt? Ach so. Ich chill hier. Ja, chill. Ich auch. Und die Viecher überleben das natürlich da unten in der Haftritze. Das ist ganz logisch. Hä? Och, schütze. Da geht's bestimmt ab drin. Tschüss. Da unten ist was. Ja. Ah, das ist nicht schwierig. Ich hole das. Ja, viel Spaß. Du musst schön oben mitlaufen, gell? Das ist doch schwierig. Geht. So. Passt. Das ist gestorben. Ja, gut. Das ging geht nach hinten. Jetzt, achso, hier. Und hier. Oh mein Gott. Ich auch einfach mal. Ah, die Münzen, die gehen jetzt kurz. Wo vorbei, was ich jetzt nicht sagen möchte, ich bin dumm wie Brot. Ich schöne hier noch auf dich, obwohl Brot, ne, ich bin ja brot dumm sein. Brot, kann schon mal nur ganz nichts zu tun, nein. Ich bin fernst. Los jetzt. Also, ich soll hier drauf. Nein, egal. Meine Fresse. Das soll jetzt sterben. So, eines Daukens fehlt noch. Aber ich muss sagen, bis jetzt die Lerwe eigentlich hier so schüttel-schüttel vom Ermel weg. Scheiße, ich schüttel- Da, ähm, kommst du da ran. Sehr gut. Bärchen. Da, was ist der? Oh. Nach oben soll man? Ah. Ach, ne, das war nicht hier. Verdammt. Was jetzt? Weiter. Oh mein Gott. So, da rein. Hä, verdammt, wo ist das letzte Starcoin, bitte? Vielleicht da hinten. Wo hinten? Bei dem Vieh. Nee, da ist nichts. Ich gehe einfach mal rein. Wir können ja später noch suchen, wenn... Falls wir sie jetzt verpassen. Und ich glaube, wir haben sie verpasst. Eigentlich, das sieht das Hammer aus im Hintergrund. Oh, verdammt. Oh, ja, der Innenmillimeter. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die ist böse. Aber ich bin mir nicht so sicher gerade. Eigentlich habe ich es ausprobiert. An der Stelle, wo ich vermutet habe, aber... Es ist wohl weiter vorne. Wir gehen auf jeden Fall noch mal nach. Ja, ja, ich glaube, das ist auch so. Sind, ist wieder in drei Minuten gegessen gewesen jetzt. Vier. Deshalb ist ja gut, wenn wir nochmal reingehen. Wenn der Park nicht zu kurz wird. Ja, wir werden schon noch ein paar Level machen. Also ein, mindestens. Ho, 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 ho. Ja, wenn du da... Wenn ich... Ja, du kannst auch drehen, während ich auf der Rest bin. Ja. Ja. Ich würde schön zu sagen, Gott. Ja, jetzt habe ich das schon wieder umgebracht. Ist egal, wir wollen das Sie nicht. Ups, da wollte ich doch nicht drauf. ahanmacholygeonmotor. Ja, hier unten wäre man gestorben. Ei, doch. Prozent alles nicht mit Vorbereitungen der Urlaub ja für dich ist gut Dorf schon wieder so knapp vor dem Joffers vorweg also auf alle Fälle müssen muss sie nach der zweiten Saison selbst ja irgendwie schon wo ist die eigentlich jetzt bitte keine Ahnung wo die war ich glaube das war die schwierige die ich so skillig wurde genau also wir sind ja noch nicht mehr bei der Halbzeit ne hier war das das heißt hier danach irgendwo wir wissen es wirklich nicht wir wollen es nicht verarschen hier geht es sicherlich nach unten stimmt's ja ja warum mach ich so weit ach leck mich Drecksvieh ja warte immer noch nicht vielleicht wo könnte es jetzt sein äh scheiße ich bring dich grad um nicht ganz das Ding geht doch wieder nach unten Schild ich wollte da reingucken war da was? nein ich warte noch mal ab das ist mein Lieblings Track Alter bin ich dumm von Mario Bros zu Vulkanu Underground hier ist nichts drin gell na Gott will ich meinen hier war was entschuldige mich nicht mehr da ist ja auch ein Pfeil nach oben aber es ging ja grad gar nicht das muss da gehen vielleicht einmal runter mach mal ich kann ja mal mit Plattformen hoch also du spring mal zu hoch ja sorry ich schüttel hier und du kannst per Plattform dann mal hochgehen spring einfach mal hoch ja das war's nicht weit genug ja das war's nicht weit genug das ist doch dumm ey wie komm man da hoch bitte oh scheiße jetzt ja ja ne ne das ist ja nicht so schlimm aber ja ja das ist doch nö wie geht das oh wie geht das Maschid sie sterb ich schon wieder vielleicht geht das Ding jetzt ne oh sorry ne sega ich hab eh genug also ja die Zeit wird so knapp äh Alter wie ging denn das das war's ja auch nicht hier gucken hier ist auch schon vorbei eben das kommt jetzt hoch wie sie sterben wir sind dann machen wir es bis zum nächsten Level äh und machen jetzt einfach weiter ja das gibt's nicht ja du bist du bist und du bist sogar weiter oben gewesen ja 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 lol so ein Backer das heutigen Back das ist ja sogar meine Fahne dran er eben deswegen haben wir wollen sie ja ich hab auch ich hab auch noch noch ab so jetzt gehen wir aber zum sie mit Exit zum Level der Weltacht der ist hier und heißt Meteorität das wird ja das wird wahrscheinlich noch ein bisschen krasser werden der der wird gesagt wird ein bisschen krasser werden gut scrolling mal eben ja ach ich wusste nicht dass da ein bisschen ist hätte ich gedacht das ist das das an den Stein natürlich hat wo das ist gut also jetzt so ist es doch gut ich hab doch gedrückt ich habe doch gedrückt er kommt zum Beispiel die nächste bei dir haben wir mal in der Lübe wo für die schwierige Amos ist ja natürlich dann vielleicht den Stellenbücher also diese die Kante ist Kante Stein in der Grundstelle Schicksal nicht weiter Nimm nichts und das dort und zwar ist es so jetzt die Anrufe oder uns ist da was ja das ist Sturm jeder 2 Ah, da ist aber was. Ich spüre, aber ich sterbe. Weil ich zu blöd war zum Springen. Das mach ich jetzt mal kurz. Also ab kann ich sehr gut gebrauchen. Oh, jetzt muss man mal schleunig zu drüber gehen. Das war schleunig. Gut, hier kann nichts kommen. Hier kann schon... Egal. Ich geh mal nach hinten. Wir sind mal, glaube ich, gut abgesichert, wenn wir bei den verschiedenen Weg gehen. Ich glaube, ich habe hier in dem Fall den falschen Weg gewählt. Gut, das rein. Ich weiß nicht, warum auch. Aber einfach. Gut, ja. Die End ist da, wenn man halt jetzt mal holen. Nein, die kommen immer noch. Egal. Weil ich nicht schnell genug. Ja, ich muss mir einfach das Ding holen, hier den V-Block. Ja, ich muss ja auch. Du wirfst den Kuber dagegen, da war ich mich erinnert. Gut, mach. Ich weiß schon was. Wenn ich gerade da bin. Na gut. Stört er sich nicht. Ja, man stellt ein bisschen. Da gibt es sogar einen Millennium plus. Haupt der Halbzeit aber erst dadurch. ja oder jetzt kann man es auch ganz gechillt mit dem ding machen da ist er ja du bist da können er nicht verrückt die war da safe gut wusste ich nicht weiter geht es ja hier bin ich sicher wo ja doch weil ich bin zwar jetzt nicht so viel ich glaube ich hätte man das im letzten moment irgendwie machen müssen wir zeigen können dass da noch ein stand drin ist oder so ja ist aber unwahrscheinlich ist also die dass man es schon mal gesagt nur noch zum ziel kommen stark stark die gegenseitig hat er hat er habe ich noch fast unter geschubst geschubzt so haben naja jetzt braucht es auch geil mit also die ich bin ich bin ich bin es muss man ich bin ich bin ich bin So, wie geht's? Wesentlich. So. Starcoin haben wir jetzt alle. Starcoins. Starcoins. Schlimmste. Scheiße. Oh, knapp. Na gut. Dann zeigen wir euch die Starcoin. Am Anfang des nächsten Partes. Ja, es werden wieder nur so kurze Parts. Aber naja. Jetzt noch ein Level anzufangen, da wird das wieder überlänger. Womöglich. Wer weiß. Ist doch egal. Schalten wir beim nächsten Part wieder ein. Dann könnte es sein, dass wir schon wohin kommen. So blöd formuliert, jeder weiß, wo es hingeht. Aber okay. Gegen wen wohl, ja. Das werde natürlich noch nicht wissen, aber egal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal.